Ich möchte jetzt einfach noch mal zwei Personen hier aus dem Publikum die Chance geben, sich zu zeigen, sich zu präsentieren und dafür bräuchte ich ein Pärchen. Haben wir heute Abend ein Pärchen mit? Sind heute Abend Pärchen hier? Ja, plötzlich ist es eine Singleshow, gell? Ihr? Wollt ihr zwei seid zusammen? Echt? Dann kommt raus, ich freue mich! Servus, du bist der? Steven, komm mal da rüber und Karo, hi! Karo Sieben, schön, dass ihr mitmacht. Ich sag gleich dazu, auch die beiden sind keine Schauspieler. Wir werden auch jetzt ein wenig improvisieren müssen und damit es jetzt wirklich bis in die letzte Reihe veranschaulichbar wird, muss ich euch optisch ein klein wenig verändern. Dreht euch mal um 180 Grad, schaut mal in diese Richtung. Ich habe für euch was mitgebracht und ich würde sagen, Ladies first, wir fangen bei Karo an. Hebe mal deine Haare. So, wunderbar. Oh, du riechst gut, hey! Halleluja! Steven, auch für dich, habe ich jetzt was mitgebracht? Halt mal so fest. So, passt wunderbar. Optimal. Meine Lieben, dreht euch Richtung Publikum, darf ich vorstellen, meine beiden neuen Casting-Kandidaten! So, kommt noch ein Schritt nach vor. Ja? Steven, komm noch ein bisschen zu mir, komm zu mir. Perfekt. Also, optisch schon mal ein Highlight. Wobei, so viel haben wir jetzt gar nicht verändert, finde ich. Nein, ich würde sagen, wir fangen gleich bei dir an, liebe Karo. Vielleicht begrüß auch du kurz das Publikum, stell dich kurz vor. Vielleicht wink kurz mal. Hallo, Halli, 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 ich bin die Karo, hallo! Oh yeah! Schau ich gut aus, schau ich nicht toll aus, schau ich nicht toll aus? Ich schau doch toll aus, schau ich nicht toll aus. Du schaust sogar hervorragend aus! Dankeschön. Dankeschön! , ha, 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 ha! Und mein Gott, Halli, 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 Also ich bin die Karo, und der schöne Mann neben mir. Dankeschön. Nicht du, der Ausgewachsene. Achso. Das ist mein zuckerschatzi, das ist mein Güttergatte, das ist der Steven! Grüß euch, denn der Steven, grüß euch. Halli, 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 halli. Grüß euch serflos! Ah, jawohl, jawohl, Rock'n'Roll hier. So, schön, dass ihr da seid. Was habt ihr denn für das Casting heute vorbereitet? Na schau her, Niki, das ist so. Also, da kriegen wir eine Inno-Standing-Ovation. Standing-Ovation? Was ist denn das? Na, wenn sie alle aufstehen. Ach so, natürlich, weil sie nach Hause gehen. Nein, 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 weil sie klatschen. Oh ja, jetzt check ich es. Natürlich ist es check ich es, jetzt check ich es. Ah, schau ich toll aus, schau ich nicht toll aus. Ja, aber wofür bekommt ihr Standing Ovation? Niki, schau her, das ist nicht so. Also, ich singe. Du singst? Oha, ich kann toll singen. Okay. Und ein Zuckerschatz in meinen Göttergarten, ja? Das ist nicht, ich nenne das, gell? Was macht er? Der ist auch bekannt als der John Travolta aus Hannover. Komm ruhig ein bisschen näher. Der John Travolta aus Hannover. Wie kommst du darauf? Naja, schau her, der kann sich bewegen, der kann tanzen, das ist irre, das ist Wahnsinn, das ist so toll. Das Stephen kann sich bewegen, tanzen? Oha, der kann den Moonwalk. Den Moonwalk? Ah, das sollst du an Michael Jackson. Der Stephen kann den Moonwalk besser als der Michael Jackson. Natürlich, los, Schatz, ich zeig's, dann steh nicht so da, steh nicht so da. Geht schon, geht schon, los geht's, los geht's, nachschauen, nachschauen. Los geht's, los geht's, mach den Moonwalk. Ich mach den Moonwalk, ich mach den Moonwalk, ich kann den Moonwalk, schau dir, schau dir, schau dir, schau dir, ich nachschauen. Schau dir, geht schon, geht schon, schau dir, los geht's. Wer hat dann eine gute Gret? Hammer! Wahnsinn! Ja, das war der Hammer, irre, und, und. Ich hab so schöne Haare. Ja, ich merk's. Und, äh, du konntest den Moonwalk nicht. Nein, 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 ich, ich den sechsfacher Staatsmeister. Sechsfacher Staatsmeister, sechsfacher Staatsmeister. Aber nicht den Moonwalk, oder? Nein, 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 Ententanz. 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 Bitte, was ist da Ententanz? Moment, natürlich, Entschuldigung, ja, das kenn ich natürlich, Ententanz, ich kenn's halt nicht unter Ententanz, ich kenn das, ich kenn das nur, äh, unter Vogeltanz. Hier heißt das Ententanz. Hoffentlich hat keiner Annotiden vor dir. Okay, und da bist du sechsfacher Staatsmeister. Natürlich, natürlich, das ist nicht leicht, nicht leicht, nein, nein, das ist nicht leicht. Was ist daran so schwer? Na, der Tanz ist nicht leicht, nicht leicht. Okay, was ist so schwer an dem Tanz? Drei Dinge sind wichtig. Drei Dinge, drei Dinge. Erstens, die Hände, die Hände, schau her, die Hand, ich zeig's dir genau, genau. Genau, genau, genau. Ach, du machst das richtig, genau so geht's. Ah, okay, was ist das Zweite? Dich, Flügerl, dich, Flügerl, dich, Flügerl. Ah, das glaub ich das, oder? Richtig, ich zeig's dir genau, genau, genau. Macht man das nicht mit beiden? Richtig, genau so geht es. Genau, ha, 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 ha. Ah, ha, 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 ha. Perfekt, so, aber du hast gesagt drei Dinge, was ist das Dritte? Das ist das Allerwichtigste, das Dritte ist das Allerwichtigste, das Enten-Arscherl nicht vergessen. Ah, das ist, glaub ich, das hier, oder? Ja, richtig, genau, ich zeig's euch, ich zeig's euch, genau, genau. Ah, super, super. Okay, so. Okay, ich hab's verstanden. Ähm, du tanzt, du singst? Oh, ha, ha, ha. Dann schaut mal Richtung Publikum, wir stellen uns auf. Ok, ok, so. Schau ich gut aus, oder schau ich nicht toll aus? Ich schau doch toll aus, ich schau doch toll aus, oder? Ja, es ist nicht leicht, nicht leicht, nicht leicht. So, seid ihr bereit? Oha. Also, du singst. Okay. Bereit? Oha. Auf drei. Eins, zwei, was? Und die Zuschauer? Was mit den Zuschauern? Die sollen an der richtigen Stelle klatschen. An der richtigen Stelle? Oha. Ach so, das ist erst am, nicht von Anfang an, am Ende erst, oder? Natürlich, natürlich, natürlich. Pass auf, vielleicht sollten wir das einmal ganz kurz fürs Publikum testen, ja? Weil nicht vielleicht alle diesen Ententanz kennen, äh, mit dem Klatschen. Das ist eine tolle Idee, ok, 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 los geht's, ist ein Test. Eins, zwei, drei. Dedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeedeede Es ist nicht leicht, nicht leicht, nicht leicht. Okay, auf drei. Du singst, du tanzt. Ihr klatscht. Eins, zwei, drei. Hey, das war perfekt. Die haben optimal mitgeklatscht. Ich habe eine Idee. Eine Idee. Eine Idee. Was für eine Idee? Was für eine Idee? Die Zuschauer. Die Zuschauer? Was mit den Zuschauer? Die sollen auch tanzen. Das ist eine tolle Idee, eine tolle Idee. Steht's an alle auf, macht's alle nicht. Alle machen nicht. Geht's schon, geht's schon, geht's schon. End und tanz. Gehen jetzt durch die Rekorde. Ihr seid so Wahnsinn. Ihr seid die Tänzsten, die Tollsten. Genau, ihr seid ohne Gott. Schau her. Die machen jetzt alle mit. Schau mal auch da oben. Irre. Okay, Moment. Wenn hier jetzt 1200 Menschen Ententanz haben, vielleicht müssen wir den Tanz noch einmal kurz durchgehen. Was war das? Was war das erste? Die Hände, die Hände. Schaut her, die Hände. Das geht so, das geht so genau. Und das zweite. Die Fliegerl. Die Fliegerl. Schaut her, genau so geht das. Ist nicht leicht, nicht leicht, nicht leicht. Und das dritte. Das Entenohrschel nicht vergessen. Perfekt. So, und wie machen wir das jetzt? Du singst? Nein, 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 nein. Jetzt das Ganze mit Musik. Und das ist eure Standing Ovation, weil ihr wart großartig. Applaus. Ich bedanke mich für's Zuschauen fürs Kommen. Hoffentlich bis bald. Macht's gut. Dankeschön. Meine Damen und Herren, das war Comedy aus dem Bauch heraus mit Tricky Nikki. Applaus Applaus Hopp Hopp Applaus 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 Vielen Dank.